Hallo und herzlich willkommen bei einmaledia.de. Wir haben euch heute wieder ein sehr hochwertiges Reise-Gadget mitgebracht, und zwar eine Reisekamera, die gerade erst erschienen ist, und zwar die Leica XU. Die Leica X kennt ihr vielleicht, und jetzt gibt es die Leica XU. Das ist eine Outdoor-Kamera, die besonders stoßsicher ist und vor allen Dingen wassergeschützt. Wir haben das Ding jetzt kurz vor unserer Maledivenreise bekommen, und ich bin schon sehr gespannt, damit die Unterwasserwelt auf dem Malediven abzulichten. Vorab möchten wir euch zur Kamera ein paar technische Details erzählen und euch die Kamera einfach mal zeigen im Unboxing. Ich fange einfach mal mit dem Unboxing an, damit wir uns nachher an der Kamera einmal die technischen Details auch anschauen können. Gut, dann öffnen wir jetzt hier einmal den Karton. Der klappt so wunderbar aus, sodass wir hier diesen schwarzen Leica-Karton in der Mitte erhalten. Ich tue die Umverpackung mal einmal weg. Und dann haben wir hier einen schönen schwarzen Karton mit vorne einem Leica-Emblem. Das können wir jetzt einmal öffnen mit einem Magnetverschluss, wie man es hier vielleicht hört und sieht. Ich kann jetzt leider nicht alles mit der Kamera einfangen, deswegen drehe ich es jetzt hier einmal. Wir haben hier vorne also zwei Magnetverschlüsse, mit denen es zusammengehalten wird. Hier oben, das ist die Kamera. Und wie gehabt bei unseren Videos, das Beste zum Schluss. Also die Kamera gucken wir uns zum Schluss an und schauen uns erstmal an, was an Zubehör mit geliefert ist. Das Zubehör befindet sich hier, ebenfalls mit einem Magneten gesichert. Und dann sehen wir hier schon, haben wir zwei Schubladen. Also das ist wirklich sehr, sehr edel gemacht und die Schubladen können wir jetzt hier einfach rausziehen. Und schauen wir mal, was sich darunter verbirgt. Hier haben wir einmal die Bedienungsanleitung. Ich kippe das hier einmal alles raus. Wir haben also hier einmal eine gedruckte Bedienungsanleitung in Englisch und in Deutsch, rund 100 Seiten. Das finde ich immer schon mal sehr angenehm, wenn man ein Handbuch hat. Gerade bei der Kamera schlage ich dann vielleicht auch nochmal ein paar Optionen da. Die allgemeinen Daten sind klar, aber gerade hier bei der Wasserfestigkeit etc., da liest man dann schon nochmal, inwieweit ist es wirklich wasserfest. Wie weit kann ich damit tauchen? Also Leica gibt an. Schauen wir doch einfach mal, ob hier irgendwas am Anfang steht. Speicher, Akku wechseln, einsetzen, Einstellungen. Vielleicht auch ganz am Anfang. Warn, ganz am Anfang stehen hier einmal die aller, aller wichtigsten Funktionen. Genau, und hier haben wir jetzt Hinweise zur Wasser- und Staubdichtigkeit. Genau, hier steht noch einmal IP68, das ist also ein Standard für Eindringen von Wasser und groben Partikeln wie Staub. Und hier gibt die Kamera bis zu 60 Minuten in einer Wassertiefe bis maximal 15 Meter eingesetzt. Die Schutzhäuser bezieht sich auf Süß- und Salzwasser, nicht jedoch auf andere Flüssigkeiten. Da muss man natürlich auch nochmal drauf hinweisen. Genau, hier stehen dann noch die Temperaturen, in denen sich das gibt. Ja, aber wie gesagt, das ist dann schon mal wichtig zu lesen, wie der Umfang dieser Staub- und Wasserdichtigkeit ist. Hier auch nochmal reinigen nach Nutzung im Unterwasser. Es ist natürlich auch wichtig, dass ihr die Kamera danach vernünftig reinigt. Und hier auch schon der Hinweis auf ein Unterwasser-Programm. Unterwasser habt ihr natürlich andere Lichtverhältnisse, beziehungsweise eine andere Lichtzusammensetzung, weil das Wasser im Prinzip ein Teil des Lichtes schluckt. Und hier gibt es einen extra Modus. Ah, jetzt habe ich die anderen Sachen unterschlagen. Hier haben wir noch einmal die Leica Akademie. Ein Hinweis, dann einmal eine Garantiekarte mit hier hinten noch einmal der Seriennummer eingeklebt. Ein Prüfzertifikat zur Kamera. Und hier nochmal ihre Vorteile als Leica-Kunde. Ich glaube, bei dieser Kamera, genau, Adobe Lightroom, gab es irgendeine Kooperation, das ihr es günstiger oder gar umsonst bekommt. Müsste ich nochmal im Detail nachschauen. Gut, die Anleitung erstmal wieder in den Karton. Und dann schauen wir uns hier unten noch den zweiten. Ich nehme das Ganze einfach mal zur Seite, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Hier haben wir den zweiten Karton. Hier sehen wir einmal den Akku. Recht klein und handlich. Dafür schön verpackt. Hält, ich glaube, 300 bis 400 Bilder. Irgendwo um den Dreh muss ich nochmal genau schauen, wie viele Bilder es jetzt genau hält. Leertüte. Dann haben wir hier, da hat Leica tatsächlich auch sehr gut mitgedacht. Es ist eine Reisekamera und hier sind alle möglichen Stecker für alle Länder der Welt. Hier ist auch noch einer EU-Stecker, scheinbar zweimal dabei hier. Ja, aber auf jeden Fall haben wir alles dabei, was man braucht, um die Kamera mit auf Reisen zu nehmen. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät, was dann vermutlich auch für 110 Volt funktionieren wird. Genau, AC 100 bis 240 Volt. Perfekt. Also kann auf Reisen nichts schief gehen. Hier haben wir noch ein robustes Band. Also es ist wirklich sehr gut gepolstert. Ich weiß nicht, ob man es hier gut sieht, aber es ist wirklich sehr schön gepolstert. Mit dem Leica-Aufdruck. Ist halt so Art, ja, ich würde vermuten, es ist Neopren, damit es halt nachher auch wieder schnell trocknet. Und gerade auch unter Wasser ist das natürlich gut. Und hier entsprechend noch, ich würde mal sagen, so eine Handschlaufe. Gut, das war es soweit mit dem Unboxing des Zubehörs. Will ich euch im Prinzip auch nicht weiter auf die Folter spannen und das Herzstück zeigen. Ich lasse die Kamera einfach mal kurz auf euch wirken. Hier oben, wenn ich sie anfasse, ist es gebürstetes Aluminium. Es fasst sich einfach schon mal wieder absolut genial an. Also Wertarbeit können die Deutschen, beziehungsweise Leica, Wetzlar. Ja, es ist wirklich ein Traum. Entworfen wurde die Kamera übrigens in Zusammenarbeit mit Audi-Design. Also das Design halt entsprechend. Ansonsten natürlich Leica. Gut, gehen wir einmal auf die Bedienelemente ein. Ich zoome hier etwas ran. Und dann können wir uns die Kamera einmal im Detail anschauen. Hier haben wir einmal den Leica XU-XU-Schriftzug. Wir haben hier Wasserfeste. Natürlich ist hier alles wasserfest. Muss es ja auch sein. Mikrofone. Hier hinterher haben wir noch einen Schuh für Zubehör. Wie gewohnt bietet die Leica keine Programmautomatiken an. Beziehungsweise Programmautomatiken schon, aber keine Komplettautomatik. Also wir haben hier einmal die Belichtungszeit und einmal die Blende. Und die können wir beide jeweils auf Auto stellen. Also einmal Blendenautomatik, Zeitautomatik. Wenn wir beides auf Automatik stellen. Zusätzlich noch ISO. Könnt ihr auch Automatik setzen. Dann haben wir quasi einen vollwertigen Automatikmodus. Und ja, nur eben halt keine gewöhnlichen Automatiken, wie man sie von anderen Kompaktkameras kennt. Und wo beispielsweise Sonnenuntergang drin ist, Porträt etc. Da muss man schon wissen, was man da fotografieren will. Und hier sehen wir schon ein großartiges Merkmal dieser Linse. Wir haben eine Anfangsblende von 1,7. Also eine sehr große Offenblende. Damit gelingen halt in Verbindung mit dem APS-C-Sensor auch großartige Tiefenschärfeaufnahmen. Und unter Wasser natürlich habt ihr viel Licht. Sodass ihr halt mit dem ISO-Wert auch nicht hochgehen müsst, der zwischen 100 und 12.500 liegt. Aber wie gesagt, da habt ihr schon relativ viel abgedeckt. Dann haben wir hier einmal den kombinierten Power-Switch. Ich habe jetzt keine Batterie drin, deswegen geht es nicht. Alles, man merkt schon bei der Bedienung hier, dass es gummiert unterlegt ist, sodass da kein Wasser reinläuft. Ihr habt einmal Single-Shot und Continuous-Shot für Serienbildaufnahmen, die bei 5 Bildern die Sekunde liegt. Darüber hinaus habt ihr hier noch einen roten Record-Button. Die Kamera kann in Full-HD bis zu 30 Bilder die Sekunde aufnehmen. Also für Unterwasseraufnahmen auch sehr schön und gut. Ich freue mich echt schon drauf, die Kamera wirklich in ihrem Tower zu bewegen. Gut, schauen wir uns einmal an der Seite an. Hier ist nichts viel zu sehen, bis auf den Anschluss für den Gurt. Genauso wie auf der anderen Seite. Auf der Unterseite finden wir einmal das Stativgewinde, sowie ein, wie ihr hier seht, doppelt gesichert. Nehmen wir es einmal hoch und einmal zur Seite. Also ein doppelt gesichertes Batteriefach, was zusätzlich hier auch nochmal maximal gummiert abgedichtet ist. Gleichzeitig befindet sich hier unten auch der Einschub für die SD-Karte. Gut, dann gehen wir einmal zu den Bedienelementen auf der Rückseite. Wir haben hier einmal Play, quasi zur Wiedergabe von Bildern. Delete und Focus, also eine Doppeltaste, um Bilder zu löschen. Und um das Focus-Messfeld auszuwählen. Also wenn ihr hier, soweit ich das gelesen habe, länger drückt, könnt ihr dann hier die Focus-Messfelder auswählen. Einmal zum Weißabgleich, ISO, Menü und Set. Dann haben wir hier einmal eine Möglichkeit über Unterbelichtung, die ihr damit plus, minus steuern könnt. Ein Timer, also ein Selbstauslöser. Dann den Blitz und die besagte Unterwasserfunktion, die die Bilder optimal oder die Kamera so optimal einstellt, dass sie unter Wasser die besten Bilder macht. Was sicherlich hauptsächlich auch am Weißabgleich mitzutragen kommen wird. Und werde ich dann in der Praxis sehen, was sich dann noch ergibt. Soll ja erstmal nur ein erster Aufschlag hier sein in der Kamera. Dann haben wir hier vorne das Leica-Logo und diese große Abdeckung. Hinter dem Hubbel befindet sich ein Blitz. Sehr schön integriert hier vorne. Nicht einfach irgendwo hier hinten, wo man es sonst kennt, sondern hier vorne direkt. Bei ISO 100, Leitzahl 5 hat der Blitz. Sicherlich für obere Wassergefilde, sage ich mal, recht gut. Ich denke, wenn es tiefer geht und es deutlich dunkler wird, muss man vermutlich auf einen externen Blitz zurückgreifen. So, hier sehen wir noch einmal die Daten. Sumilux Anfangsblender 1.7 und 23 mm. Es handelt sich hier um eine APS-C Kamera mit einem Crop-Faktor von 1,5. Entspricht dann im Endeffekt 35 mm auf Kleinbildformat. Also eigentlich die perfekte Reisereportage-Kamera für den Urlaub. Also objektiv auch alles richtig gemacht. 23 mm kennen wir ja auch schon von der Leica Q. Nein, entschuldigt, die Leica Q hat 28 mm, also etwas mehr. 23 mm haben beispielsweise die Fuji X100-Serien. Aber wie gesagt, 35 mm Reportage, super objektiv dafür. Dann haben wir hier oben, ich mag es einfach, dass es hier so die Zahlen eingraviert. Es ist nicht irgendwie so Plastik. Es ist alles massiv Metall und schön eingraviert. Und es ist fast sich haptisch einfach schön. Wir haben hier einmal den Autofokus. Und wenn ihr das Rad dreht, es klickt auch so leicht. Ich halte es mal ins Mikro ran. Dann schaltet ihr hier in den manuellen Fokus um. Einmal von unendlich bis 20 cm. Also 20 cm ist die Naheinstellgrenze dieser Kamera. Was man hier verzichten muss, was man sonst von Leica gewöhnt ist, ist hier unten für den Finger. Die Zoom-Wippe mehr oder weniger. Ach, Zoom-Wippe. Die Wippe zur Einstellung des Fokus, die fehlt hier. Leica untypisch, aber das fehlt, sage ich mal so. Das vermisst vielleicht der ein oder andere Leica-Enthusiast. Ansonsten finde ich es sehr schön. Es gibt hier einen festen Anschlag. Man kann sich also in einem bestimmten Bereich sehr gut bewegen und mit der Zeit halt auch wissen, wo wir jetzt welche Grenze haben. Das ist auch immer sehr schön. Genau. Wie gesagt, kurz noch zu den harten Fakten, wenn ich sie noch nicht weiter erwähnt habe. APS-C-Sensor. 16 Megapixel haben wir insgesamt. ISO 100 bis 12500. 23 mm Objektiv. 35 mm auf Kleinbild-Äquivalent. Dann stoßsicher ist die Kamera. Ihr seht es jetzt hier um den Body rum. Es ist alles gummiert und super abgedichtet. Aber in erster Linie erstmal gummiert für den Stoß. 1,22 Meter gibt Leica da an. Wassertiefe 15 Meter oder ein Wasserdruck in 15 Metern bis zu 60 Minuten. Natürlich ist das mehr oder weniger so gemessen, wenn die Kamera so still unter Wasser ist. Wenn ich sie jetzt natürlich hektisch hin und her bewege, habe ich da einen anderen Druck. Aber ja, auf dem Malediven wird er schnorchend sein bei uns. Von daher optimal dafür. Ich schaue noch mal kurz auf meine Spickzettel. Gewicht, vielleicht noch vergessen, 635 Gramm mit Akku. Sicherlich nicht die leichteste Kamera, aber sehe ich jetzt nicht als Kritikpunkt für mich. Hinten der Bildschirm ist 3 Zoll groß und hat 920.000 Pixel. Also sehr gut aufgelöst, sodass man im Prinzip alles gut erkennt. Das war es soweit mit dem ersten Aufschlag zur Leica Q. Ach, zur Leica Q, zur Leica XU. Entschuldigt bitte. Wir freuen uns jetzt auf unsere Reise, die in den kommenden Tagen startet. Und werden euch dann von den Malediven Bilder mitbringen. Ich hoffe, schöne Bilder und uns dann mit einem Test zurückmelden, wie wir die Kamera empfunden haben. Was uns gefallen hat, was uns vielleicht gestört hat, wie sie allgemein im Handling war. Ja, das erfahrt ihr dann, ich denke, in circa drei Wochen werden wir den Bericht fertig haben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch noch Fragen zu der Kamera habt oder wir irgendwas Bestimmtes testen sollen. Schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like. Nicht nur fürs Video, auch gerne für den Kanal, damit wir weiter unsere Arbeit so machen können. Alles klar, bis dahin. Bye, bye.